denn meins könnte jetzt theoretisch schon bei youtube zu hören gewesen sein hallo und herzlich willkommen ein paar sekunden früher inhalte werden übertragen okay in wenigen augenblicken okay das braucht doch noch ein paar sekunden so jetzt aber mal gucken ja wir sind da oder kommt werbung bei dir das ist schon mal gut also das heißt schon mal dass es funktioniert wohl jetzt brauche ich bloß meinen chat wieder sooo der twitch hat fehlt noch ich muss noch kurz ich habe mich gar nicht um twitch gekümmert ich habe ich wusste irgendwas vergesse ich wenn ich jetzt sofort starte schon früher als geplant so stream manager stream info und hallo linja hallo linja we are not not so weit and so but very nice that you da bist sein und so linja schreibt doch gerne mal folie also ausrufezeichen folie rein richtig ist jetzt neu bei uns ja ja nein folie wollte aber wir zählen auch die stunden bei dir nachher gleich dann sehen wir schon mal bei linja ob bei linja newbie steht oder nicht dann sehen wir schon mal ob es so eigenermaßen funktioniert bei ihr ist unranked okay das müsste ich aber nachher noch auf newbie umändern das ist noch so leicht verpackt ein bisschen aber so an sich und ja der klasifolien bot der hat eigentlich auch schon ein bild plus der wird bei mir noch nicht angezeigt bei fabi wird er angezeigt komischerweise bei fabi ist das schon ersichtlich 10 likes 10 likes und wir sind doch nicht mal da also ich danke schön dafür ja war ja davor auch schon ja ich weiß deswegen ja so wollen wir vielleicht erstmal diese warm-up-insel machen ja zum warm werden genau ja dann also ich bin ja gut mit mir aber stimmt ja ähm geklaut von mo wir klauen alles von mo heute also von daher ähm ich mach jetzt schon mal den sound aus heute ist der mo cloud tag genau ähm oh was stimmt bei mir nicht bei fortnite ich sag's auch oh was ist heute anders bei mir was ist denn kannst du mal gucken ob ach nee kannst du mal kurz einmal auf ändern gehen und nochmal das normale rein machen ich glaub ich bin einfach nur dumm das linke mit der squad haufe da ja das ist alles weg ist bei dir auch so oder ja das ist wegen kreativ und ich dachte das ist verbattet bei mir ich wollte schon sagen oh man so gut warte hier ich zeig's dir nochmal hier ah da ist es das hab ich gesucht äh hi mo hi mo äh hi marv wollte schon sagen wo ist doch selbst gerade live ich bin doll wollen wir den stream beenden ich glaub das reicht für heute ähm nein ach ja so kann's doch gut beginnen oder ich will nicht übertreiben wisst ihr was ich heute schon getrunken habe hier schaut mal energies ganz viel ich dachte mir gerade so hä ja ich weiß auch nicht mehr als ob du so viel schon davon getrunken hast von deinem energy heute morgen einen heute mittag und voll wo ich mit mo gequatscht habe deswegen bin ich so ein bisschen man sieht ja meine hand ich hab so ein bisschen ja das ich hab so leicht zittrig gehandelt aber das ändert sich nachher wieder so ich muss nochmal ganz kurz den code raussuchen von mo stream ja genau leicht zittrig so ein bisschen so ein bisschen müssen wir hier rein bei find the red dingstabos nein 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 ich muss kurz was machen ich muss noch den code eingeben code klar ist nicht vorher äh da ist der code ähm 4 5 6 1 wir machen nämlich noch ein bisschen übungstraining heute und so ich muss mir noch ein bisschen fortheit beibringen mal gucken ob ich heute level up werde ag schicken hi wie geht's dir ich hoffe dir geht's gut schön dass du reinschaust ey du hast das bild weg gemacht ja das lädt gerade die insel lädt weg du hast es zerstört ja das es lädt doch das ist einfach kaputt gemacht wie du so guckst äh fabio ist immer noch null null stunden warte kann man da reingehen aber ich hab wenigstens 10 punkte jetzt kann ich mich davon nicht mehr einholen ja da musst du reingehen genau hallo okay was willst du üben na alles okay ich hab schon wieder einen starten des spiels okay ich warte bei marvin steht newbie ja äh das aktualisiert sich nach einer gewissen zeit das ist noch ein bisschen so leicht verpackt 3 2 1 go okay warum steht da aim aim zumo oder was ne den kannst du deinen aim üben ähm so was geht los also nehm dir mal ich nehm dir mal ich nehm dir erst mal ja du nimmst dir am besten die sachen die es im spiel gibt ja also ähm dann tauschen wir das da mit aus ah guck mal hier sind moose energies genau ähm ja das brauch ich hier auch auf jeden fall ich nehm mal das mit ähm was nehmen wir denn noch kampfschrotflinte gibts ja offiziell nicht so wirklich maschinenpistole hab ich schon taktische maschinenpistole ähm ne sniper kann ich mir nochmal mitnehmen so ja äh hast du alle waffen voll bekommen ich nehm noch ne normale pistole mit einfach so als Gag so moin Teddy wie geht's dir als Gag bei dir steht doch unranked aber das ändert sich dann nachher auch noch bei linia steht das auch schon jubi ah ja marvin schreibt dann komm Discord dann komm Discord wie Discord ach so äh chicken 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 ach so schicken soll ach so schicken soll ich bin mal kurz oben das wollte ich gar nicht ich komm wieder runter was hast du gemacht bin gleich wieder da aber du bist aufs Trampolin gesprungen ja ich wusste nicht dass man dann gleich so hoch springt okay komm willst du das machen was Mo gemacht hat oder ja das ist ja das Warm-up hier ne so fangen wir nochmal an ja und Start aber musst du hier rauf springen für Start ach jetzt geht's los musst du nicht egal okay also du musst hier jetzt auf editieren erst mal gehen ne und dann und dann musst du einfach in die Mitte klicken auf das mittlere Feld ja und dann ah schneller zu schießen und es muss schneller klappen also so ja gut dann mach ich ja schon mal den nächsten äh ey ich bin Profi ähm okay guck mal hier musst du jetzt die Wand warte mal ich versuch das mal alleine ja nein nein so nicht komm mal wieder zurück komm mal wieder zurück ähm das ist eigentlich nicht so gut weil du wüsstest wie soll man das jetzt beschreiben okay bearbeite mal ja jetzt drück mal links diese Spalte in der Mitte das Kästchen ja dann unten ja und das rechts daneben ja und jetzt loslassen oder so musst du schnell können achso ja gut umfahren später ich bauch schon mal nach oben ne nein nein stopp 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 nein das ist falsch hier musst du ähm gedrückt jetzt musst du bearbeiten gedrückt halten und einfach hier ähm Gebäude kann nicht bearbeitet werden kommt hier ja weil ich das bearbeite gerade achso und jetzt musst du einfach hier das langziehen also diesen Streifen da langziehen warte so so das heißt ich geh jetzt auf G ja gehst hier rauf ich drück einfach nur achso und ziehst jetzt mit der Maustaste diesen Streifen hier also diese Reihe hier das ist doch total dumm so genau das musst du machen ne das ist gleich wie vorher genau ja du bauen ist solche Sachen also bauen bin ich ja nicht gerade der Beste ja deshalb machen wir das ja gerade wie super und wie geht es euch ja auch danke der Nachfrage morgens mal wieder arbeiten und Frühschicht aber sonst habe gerade irgendwie lust äh mit euch zu quatschen keinen Plan warum Linja komm ins Discord wir sind gerade im Privatchannel ach stimmt ja vergessen aber kann man das normalerweise nicht auch abbauen das kann ich immer so weißt du ja aber das sollte ach ich bin durch wir haben nur 5 Minuten Zeit das weißt du haben wir nicht und hier haben wir noch ok also komm mal her ich weiß nicht wir müssen das mal nehmen dann ach scheiß nach oben bauen ach du scheiße ähm kannst du das ja natürlich kann ich das ich drück mal F3 war schon verkackt ähm du ich bin total ich kann mich nicht mehr als nach oben bauen ne ich bin zu schlecht für mich nach oben bauen und so ähm Olli ja das musst du nicht immer setzen das machst du wieder du musst es nicht mal drücken immer sondern einfach gedrückt halten und dann einfach rumdrehen und dann hast du schon die Wände ach so das heißt wenn ich jetzt F1 drücke ok cool jetzt muss ich erstmal wieder einmal F3 dafür so ja genau und dann muss ich eigentlich nur auf F F1 und einmal so dann vielleicht noch einmal so fischern so bisschen ja ich glaub schon du musst dich immer den Boden machen du kannst doch direkt demnächst wieder die Treppe machen ach so ok das reicht schon Olli komm mal her ich hab hier den Boden platziert oh ach erst brauchst du deine Waffe und musst einfach die Zombies abschießen oder ich geh einfach hier so rüber nein das ist eine Übung du musst dich einfach abschießen ach hallo so jetzt editierst du wieder diese Treppe mit diesem Medizin den Streifen aha und klappt nicht Marvin frag kann eigentlich jeder mitspielen und Dani ist da ich weiß nicht ähm was äh Dani hi erstmal kann eigentlich jeder mitspielen also theoretisch äh naja jeder geht ja nicht weil es geht nur ein Maximum so und so viel aber so an sich schon Olli ja einfach was nach unten hallo genau und jetzt machst du wieder die Treppe du musst einfach überarbeiten und dann halt hier diesen Streifen anziehen ich versteh das auch nicht mit dem Haupttaster bearbeiten und dann was für Streifen so oder was ja so ja ja wie soll man das anders beschreiben du musst aber da nicht hoch sondern hier guck mal Olli hier ist ein Boden achso und den Boden wegnehmen das heißt das heißt ich werde den Boden jetzt einfach erstmal G drücken jetzt einfach genau oh ich bin so schlecht jetzt hier die Treppe wieder ey das ist doch so ein Scheiß also ich werde glaube ich ne gefühlte Ewigkeit brauchen um das hallo hallo so jetzt geht's weiter ja no scope oh du hast jemanden übersehen ist auch total lustig das mit der Schrot zu machen äh mit einer Tag natürlich du kannst es mit anderen machen komm her ähm ja hallo so jetzt editierst du wieder den Boden auf natürlich das ist ja kein Problem guck mal das mache ich einfach weißt du wie ich das mache ich mache einfach so ne dann mache ich so und dann drücke ich nochmal so und dann hab ich ein Haus gebaut jetzt kommt der ey ich bin so schlecht in dem Scheiß ne ähm hast du noch umgebaut ja ja also bauen wird bei mir auch so lange dauern ne bis ich das Unfall drauf habe so jetzt musst du einfach immer diesen Boden hier auf editieren also guck mal ich zeig dir mal vor so halt mit dem da hä du hast noch gar nichts gemacht bei mir doch hier über uns das hab ich auf editiert warum soll man das jetzt auf editieren na das ist so ne Übung du sollst dich einfach auf editieren so hab ich gemacht jetzt kommt das mit dem Eis ich bin runter gefahren nur dass ich kein Eis habe ja hat bei dir nicht ausgelöst ähm ich muss mal kurz den Chat nebenbei lesen Teddy du hast wirst noch unranked aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr mittlerweile ähm naja oh die Übung macht den Meister ist noch kein Meister vom Himmel gefahren ja genau und ich war auch heute zum ersten Mal so richtig also ich versuch's zumindest kann ich und Schicken nachdem ihr geübt habt mitspielen du und Schicken oh bei Schicken bekomm ich immer direkt rum aber du bist mir noch ne Erklärung geschuldig hä was was für ne Erklärung denn weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht ja wir müssen noch mal schauen ich weiß gar nicht wir machen wahrscheinlich heute wir versuchen zumindest nur die Mission zu machen eigentlich na erstmal wollen wir hier diese Warm-Up machen wow ja absolut getroffen lass mal den nehmen oder soll ich ihn noch töten kurz warte ich bin losguck mal oh 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 sorry der ist schon down guck mal hier der ist wieder aufeditieren hab ich gemacht eigentlich bei mir ist das immer mit der Tür jetzt einfach hier umbauen das hat der Moor nicht ganz verstanden ja ok das ist ja leicht das hat ich nicht guck mal und einfach mal hier aufedit aufeditieren das geht doch ganz leicht das geht doch ganz leicht tsch ich hasse dass man es noch mal gar nicht reagiert Teddy Top 5 geht nicht hi Irene was Teddy was geht nicht Teddy ist das auch wie die dieses Top 5 hier schießt irgendjemand ja Top 5 kommt also das mit den Tops das kommt noch das muss noch alles kommen wir haben es ja heute erst so ein bisschen ok weißt du wie das funktioniert Jump Shot Build also du springst schießt und baust dann theoretisch bekomm ich hier nicht hin das weißt du ganz genau geht auch so hier kannst du auch kommen oh oh hallo so jetzt ich versuch das mal beizubringen bearbeite mal und dann siehst du die haben die mittlere Reihe und die untere Reihe ja genau so musst du es machen ich bin gut ne weißt wie ich das gemacht hab nein warte bleib komm auf komm auf zu bearbeiten ah ok so jetzt hier sind ab und zu hinter den ganzen Türen immer so Leute achso ja mach mal ich komm mir irgendwie so vor als ob wir grad die ganze Zeit Mode nachmachen äh SSO Twins hi wie geht's dir ähm du warst du warst letztens in SSO und da hab ich dich in Silverglied Landgut mit Hell angeschrieben du hast die Eiskite ausgelockt ja aber ich war auf K und dann hab ich mich dann ausgelockt vielleicht können wir ja noch einen Wunsch schaffen also ähm einen Wunsch schaffen wir eigentlich schon mal ne Fabi das passt immer ich hab heute schon eine Wunde geschafft wo bist du jetzt eigentlich hin ich seh dich gar nicht mehr hier die Treppe runter waa ich wurde erschossen ich sollte mal ne andere Wache nehmen so jetzt hier die Stelle versteh ich nicht ganz aaaa natürlich versteh ich das nicht das ist wirklich so geba- kann ich mal ganz kurz die Eisk waren ja das ist wirklich so gedacht guck mal hier können wir durchlaufen ach hier dass wir hier oben wollten die glaub ich auch noch haben ach da vorne schon Ziel ach da vorne schon Ziel soo hörst du das? ja ich hör... ach so du hast auf Stop gedrückt, oder? ja ich... stamm grad die ganze Zeit drauf ne du hast es halt wieder von vorne gestartet ähm wo war mein Schingenberg? äh 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 das machen wir jetzt sind wir hier mit fertig guck mal hier ist noch ne Aufgabe wo ist die Wache? ach du Scheiße ich glaub ich nehm ne andere Wache ich glaub ich nehm ne andere Wache hm will ich helfen? no Scope no Scope schade ich traf hier gar nix ich... was soll ich sagen? ich versuche hier no Scope zu machen ich geh mal wieder zum Ausgang no Scope tschüss ähm ich muss mal kurz den Chat lesen moin ich fühl's was fühlst du? ähm und hi Spender Ansari uff mein Wlan am abspacken warum das denn ja? also nein oder was nein? ich weiß gar nicht was du mit nein meinst mitspielen wahrscheinlich also da bekommen wir sicherlich gleich die Möglichkeit hin das mitspielen sofern wir hier raus sind aber ich weiß gar nicht ob wir schon voll sind wer alles nachher mitmacht von unseren Leuten Irene macht ja vielleicht auch noch mit weil Gruppenkeile machen wir ja wahrscheinlich je nicht Gruppenkeile ist ja so auf Dauer ne? nee ist nicht so geil wieso ist das hier eigentlich da wo ich jetzt hier lang lauf das gibt's hier irgendwas sinnvolles? hier geht's wahrscheinlich auch mehr um Bauen oder so äh ja da geht's um Bauen was? ach Spender ist dein Freund? ach so okay ähm dann willkommen auf jeden Fall guck mal guck mal bauen kann ich ganz gut siehst du wie gut ich das kann? ja absolut gut ja ne? sowas bekomme ich noch hin das ist ganz leicht so er macht mit bei dem Zusammenschnitt auf ach so das war das stimmt gibt es da schon was neues? ich könnte mitmachen und müsst halt äh nur sagen wann ich mitmachen kann äh wenn wir hier draußen sind das dauert eh nicht mehr lange das dauert eh nicht mehr lange ja ich wusste eh nicht mal was was tun wir jetzt hier noch? ich bearbeite hier grad noch ein bisschen also eh gutes bearbeiten ich mach hier aus alles eins schildröte hi嗎 tachschöün ich bin am überlegen ob ich den Nightbot über picks weiter desto über Twitch und bei Youtube halt haben wir ja jetzt den neuen Bot weil parallel geht es leider nicht dass wir auch bei den gleichen Bot haben also ich verlasse kreativ ne? ja gute Idee So, Points gibt's nicht mehr. Du musst jetzt eingeben, Folie. Also Ausrufezeichen Folie. Dann siehst du alles, was du sehen kannst, sollst, darfst und so. Du weißt schon, was ich meine. Da, siehst du, guck mal, der Bot reagiert sofort. Unranked bist du jetzt automatisch, das ändert sich aber spätestens, wenn du es nachher nochmal neu eingibst. Stunde 0,17, Foliepunkte 110? Ja, das geht ganz schnell, wenn wir live sind. Da bekommst du 10 pro 5 Minuten oder so. Nee, du wirst mal ein wenig, wenn wir jetzt die anderen noch... Warum geht der nicht auf beiden Plattformen? Da das so ein Bot ist, der eigentlich über Streamlabs läuft und du kannst immer nur eine Plattform verbinden. Ich könnte mir jetzt natürlich noch... Nee, ich glaube, ich kann nicht zweimal das gleiche Programm starten. Dann würde ich es trennen können, weißt du, ich meine? Ich glaube aber fast ja, dass Mo recht hat, mit Text reinschreiben. Anhand der Zuschauer und so weiter. Dani, Discord gibt es nicht, du musst Diss eingeben, nur Diss. Mit Diss sollte es wieder funktionieren. Genau, Fabi funktioniert auch. Kann ich unten mal auf mitzocken? Wir müssen gucken, wie wir es am besten machen, ne, weil... Also, Irene wäre vielleicht jetzt auch mitzocken. Wer ist denn überhaupt alles jetzt? Irene ist da, ich kann sie ja mal einladen. Schicken und willkommen. Okay, das war jetzt hier gerade das Wort. Adrian 05.exe hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, okay. Okay, Irene ist schon mal beigetreten. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch einen Platz. Ja, wir haben bis jetzt noch einen Platz, da geht es schon los. Oh, wir sind immer noch... Und ich weiß jetzt... Ja, einen Platz hätten wir theoretisch, weil alle anderen sind... Also, ich weiß nicht, ob bei dir noch jemand aktiv ist. Bei mir? Aber Marie und so weiter sehe ich jetzt auch gerade nicht. Ist nur Irene eigentlich, ne? Mo ist in der Lobby. Mo! Du siehst es, es sieht anders aus als... Bist du nicht gerade am Stream? Wie kann es sein, dass du jetzt hier parallel... Und, wie läuft's, fragt er. Ach so, wie heißt er? Ja, läuft ganz okay. Ja, also da... Guck mal, der Bot, das schreibt ja irgendwas. Agi schicken, ask for permission before posting a link. Ja, siehst du? Ah, wegen .exe, jetzt nicht dein Ernst. Ach so, Erstpause, okay. Ja, gut, Erstpause gibt's bei mir nicht. Ansonsten guck ich dir... Ich bin die Knaller durch. Ansonsten guck dir den Mo-Bot an. Es gibt einen Mo-Bot? Mo, wusstest du, dass es einen Mo-Bot gibt? So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wo muss ich jetzt hindrücken? Also, Adrian hatte sich gemeldet, ne? Ich denke mal, Adrian hier... Ist ja gerade im Stream von Mo. Was macht er da gerade? Er ist und guckt halt vor, in seinem Stream halt den Stream. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Das könnte jetzt witzig werden. Übrigens, das hier... Okay, er ist wieder rausgegangen, er ist wieder rausgegangen. Was ist, er ist rausgegangen? Ich wollte gerade reingehen bei ihm. Er hat gesagt, was gibt's denn noch so anderes? Ja, ich guck mal kurz bei Mo rein. Mo-tastisch. Ey, Mo, komm jetzt her. Sind wir auf dem Team-Speak? So. Plötzlich Papa. Super. Mal gucken. Was ist das? DSDS, wer guckt sich sowas an? Schau deinen eigenen Stream. Das können wir natürlich auch machen. Guck, wer ist denn das? Mo-tastisch, wer ist denn das krass? Ja, macht er da noch. Warte, jetzt ist es witzig. Er guckt sich deine eigene Stream an. Ja. Er hat sich selbst geliked, hab das gesehen. Witzig geliked. Ey, Mo, was soll das denn? Ja. Gut, wir verlassen ihn mal wieder. Man ist immer gut, wie vorbeizt, man ist immer gut. Hm. Mir ist aufgefallen, wir haben noch gar nicht so wirklich angefangen, ne? Ähm. 210 Punkte. So, jetzt brauche ich mal einmal kurz wieder den Chat und dann können wir auch direkt starten. Also, Marvin ist bei mir auch in der, ähm, Lobby. Der Chat ist grad eingefroren, also ist total still gerade. Dafür hast du eben zu viel. So, wir starten jetzt. Ähm, Teams und Play. Ja, und für die Leute, die da nachher vielleicht nur Lust haben mitzumachen, in irgendeiner Art und Weise, äh, wir sind in Discord. Im. Einfach im Warteraum kommen. Im Privat-Channel. Holly. Ja, aber wir sehen ja, wenn jemand im Warteraum ist. Ja, ist ja jemand im Warteraum. Ach, du bist im Warteraum. Ach so. Hab ich schon aufgezogen, wir müssen nur schnell noch da reingehen. Äh, dann gehen wir doch da rein, wa? Ähm. Okay, das ist gar nicht. Ja. Mein Fortnite ist abgestürzt. Da ist das Bild. Ah, ich dachte grad schon. Ich dachte grad schon. Ich kann grad nicht rein switchen. Ich muss warten, bis der Ladebildschirm fertig ist. Wenn ich jetzt nämlich auf Discord raufgehe, dann stürzt alles ab. Es passiert nix, so ein Scheiß. Ach, jetzt. Jetzt kann ich wechseln. Jetzt kann ich ins Discord gehen. Jetzt kann ich ins Discord gehen. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Tag, schön. So. Hallo? Ich bekomm schon Schläge hier wieder. Leonie hat endlich Ozu geschlossen, nach sieben Stunden und fünf Minuten. Wird ja mal Zeit. Oh, nicht. Ah, Teddy, du hast schon 33 Minuten gesuchtet. So, wo landen wir? Keiner. Bachen wir wieder Augen zu und irgendjemand sagt Stopp. Ich sag Stopp. Okay, dann guckst du. Stopp. Aha. Dann würde ich eher sagen Cracky Cliffs, oder? Ja. Dann sollten wir mal langsam springen. Wo ist denn eigentlich Irene? Ich höre sie gar nicht. Sie ist gar nicht im Discord. Ach so, das... Können wir vielleicht später noch wechseln? Also von den Mitgliedern. Ja, schauen wir doch mal. Also wechseln tun wir sowieso regelmäßig. Das auf jeden Fall. Und Daniel ist auch 33 Minuten schon da. Ich habe 10 Punkte mehr als er. Weil ich die 10 Punkte schon vor dem Stream gesammelt habe. Ja, Punkte konntest du schon vorher sammeln, aber... Ja, Punkte hatte ich ja auch schon vorher, wo wir geredet haben alleine. Ich hoffe doch, dass wir hier alleine sind. Ich möchte von niemandem gestört werden. Ich habe Gruppenhilfe vergessen einzustellen. Egal. Machen wir nächste Runde, okay? Genau. Machen wir nächste Runde. Jetzt erstmal... Ich glaube hier unten ist jemand. Wohin? Ich finde es aber geil, dass Adrian.exe sofort als Link erkannt worden ist vom Bot. Ah ja. Ja, da kam sofort, du postest einen Link, weißt du, und deswegen kann es nicht angesagt werden. Sterbe ich, wenn ich jetzt hier runterspringe, oder überlebe ich das? Ich überlebe das. Nein! Aua. Ach, Holly. Ich habe nicht viel verloren, mir geht es noch gut. Ja, um die 5 oder 10 HP. Ja, das ist gar nichts. Max, hi, wie geht es dir? Was probierst du? Schön, dass du reinschaust. Oh, ähm, ich habe 8 verloren. Oli, falls du noch brauchst? Äh, ja, brauche ich tatsächlich. Ähm. Aber ich habe hier irgendwo... Hier vorne ist auch eine... Dings. Eine Truhe. Ich gucke mal kurz, was da drin ist. Ah, ich habe noch ein Medkit, falls wir nachher brauchen. Habe ich auch noch, das kann ich dann... ...stacken vielleicht, wenn du es mir geben würdest. Ja, wenn wir es nachher sehen, dann gebe ich es dir. Was war denn da? Ah, hier ist auch eine Truhe. Ah, ich habe was Schönes gefunden. Und zwar? Siehst du genau... Jetzt. Ja, bis ich habe schon gesehen, du getrunken hast. Ähm. Oli? Bist du tatsächlich ein Huhn? Ähm. Was? Tech? Ja, ich bin auf dem Weg. Du wolltest dir doch eine Tech nehmen. Ja, es war eine Graue, aber eine Graue ist besser als gar keine. Zwei Graue. Mich wundert es, dass am Anfang das auf Unranked steht, ne? Wenn man das erste Mal schreibt. Oh nein. Das ist ein guter Tanz. Wer hat diesen Tanz angemacht? Nein. Die Person mag ich jetzt schon. Ach du! Ja, perfekt. Ich nicht. Nein! Ich weiß gar nicht, was du gegen den Tanz hast. Der ist total cool. Nee. Eben nicht. Also von allen männlichen Personen höre ich nochmal, dass der cool ist. Und von allen weiblichen, der ist so scheiße. Was würdest du machen, wenn ich... Nein! Das ist doch einfach... Was würdest du machen, wenn ich dir den Tanz schenken würde? Wahrscheinlich nie nutzen, oder? Keine Ahnung. Yay. Oh, du bist ja nicht da. Ähm, Fabi? Ja? Ich würde jetzt hier was hinpacken, was du denn einsammeln kannst bei Luciana. Ja, danke. So. Fabi hat recht. Wie, Fabi hat recht. Findest du den auch scheiße? Ich finde den gut. Ey, danke, Robin. Schleimt es dir jemand bei Fabi ein? Absolut. Komme ich das gerade mit? Also richtig mit? Anscheinend schon. Das regt mich auf. Was? Der Tanz. Warte. Nein. Geh weg. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Irene? Ja? Findest du den Tanz auch scheiße? Nein! Geh doch mal weg! Ich finde ihn nicht scheiße. Ich finde, er geht, aber... Nee, der Tanz geht nicht, er tanzt. Daniel schreibt, Oli muss mich noch um was anderes kümmern für Samstag in der Promot-Mega-Chaoten-Konvoi. Da muss ich mich darum kümmern. Mann, da muss ich mich darum kümmern. Bis dann noch einen schönen Abend, danke. Bis das wieder am Samstag, ja. Dann viel Spaß beim Kümmern und so. ETS war eigentlich heute Vormittag geplant, aber ich bin komplett außer Rhythmus. Ich werde ETS innerhalb der kommenden Woche mal am Tag fahren. Langsam könnten wir auch mal wirklich so ein bisschen in die Zone gehen, weil die kommt schon. Ich werde mal in die Zone gehen, ja. Aber wenn ich nicht zu oft höre, geht der mir auch schon auf die Nerven, muss ich ja wirklich sagen. Ich schlag gleich meinen PC zusammen. Nein, der braucht nicht noch. Der Song war auch cool. Ja, die haben wir auch. Meinst du den hier? Oli, meinst du den? Haben wir noch Zeit, Joanno? Nein, ich würde hinter dir kommen. Oh, scheiße. Jetzt hat man immer mal Zeit für einen Tee. So ein Scheiß. Wir müssen eigentlich diese Challenge machen, die du gesagt hast. In die Busch campen und einfach nur Tee trinken, bis wir gewonnen haben. Ey, das müssen wir wirklich mal machen. Wir gehen in die Zone, setzen uns in den Busch und trinken Tee. Warten müssen sich alle selbst gekillt haben, dass bis noch zwei Spieler da sind. Und die macht man dann platt. Mhm. Und haben halt immer weiter in die Zone, wenn sie nicht bei uns ist. Aber wir nehmen auch keine Waffen auf, oder? Na doch, das sollten wir schon, sonst haben wir die Arschkarte. Ja stimmt, für den... Für den Endkampf. Ja, für später. Für den Endkampf, ja. Oh, oh, oh. Dann haben wir so Billow-Waffen und die haben voll gute Waffen dann. Wir hätten schon ein paar Sekunden früher losgehen sollen in die Zone, oder? Mhm. Schaden. Ich hab drei Mad-Kids, alles gut. Da, 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 da. Oh, Scheiß, Ohrwurm. Ohrwurm? Na hier, von dem Ninja. Emot. Das sieht so bescheuert aus, wenn dieses Hühnchen rennt. Ja. Aber ein Teddy sieht genauso schlimm aus. Hallo, lass den Panda in Ruhe. Genau. Ist ja schon gut. Welchen meinst du, den Pink oder den Weißen? Ja, den Panda. Also den Panda... Ja, diesen... Schwarz-Weißen. Ah, uns geht's noch gut. Olli, wie viel abhierst du? Ich hab noch 24 hier. Das ist ja... Perfekt. Olli, hier hast du einen mit Kit. Irene, wie viel abhierst du? Ich fühl mich leicht verarscht, aber okay. Okay. Das war für Olli, nicht für dich, Irene. Ist doch egal, sie brauchst du auch. Ja, okay. Komm her, Olli, komm her. Ich komm so klar. Olli, ich hab noch eins. Achso, da hast du noch eins. Ähm. Ich glaub, wir sollten mal weitergehen. Jaaaa... Jaaaa... Dominic, hi. Hey, mein Freund. Bin auch wieder am Start. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich sehe einen Gegner. Ich auch. Übrigens, mit Ausrufezeichen im Folie kannst du mittlerweile sehen, wie viel Zeit du schon bei uns verbracht hast. Wahrscheinlich noch gar keine Zeit. Ah, ich muss hier sowas von aufpassen, ne? Ich verwechsel so oft Gruppenkeile mit Teams, wenn ich von irgendwo runterspringen will. Ey, ich... Ich hab 310 Folienpunkte. Folienpunkte, wie das klingt. Ist sie safe bei der... Ja, da vorne ist der. Aber wir können es auch nicht so viel Zeit lassen, oder? asz Ach ach! Ja, das ist hier hoch genau Ups, warum bin ich jetzt gelandet? Komplett lost Da ist auch noch jemand Äh, da irgendwo Von da wurde ich angeschossen gerade Ah, sammle ich das ein oder sammle ich das nicht ein Was ist das denn? Ja, ich mach das Mein Feuerwerk Ja, ich liebe mein Feuerwerk Ich finde Feuerwerk cool Und die Sohne kommt Ich glaube 0,5 ist eine halbe Stunde, oder? Ja Geht das bis 1 hoch? Ja, dann ist 0,5 eine halbe Stunde Das heißt Mav 0,5 ist jetzt eine halbe Stunde da Das heißt Mav 0,5 ist jetzt eine halbe Stunde da Minushaichen, hallöchen Oh, hier ist leider schon jemand gestorben So wie es aussieht Und hier sind Und innert Ups, falsch gemacht Ich habe einer fehlt Ah, er ist klar Ab Ja Ich habe jemanden eine blaue Tech Und noch Naja, die würde ich nehmen Also nicht blaue Pamsen, sondern blaue Tech Okay Tech, hast du eine blaue? Fabi? Ich habe sogar eine Nein, ich habe eine grüne Willst du die blaue? Nehm dir nämlich die grüne Du brauchst glaube ich bessere Ja Ich höre mich schnell hoch Ach, hast du dich verletzt? Ja, ich hatte gerade eine AP Aber kleine Freust du dich schon auf Montag? Na natürlich freue ich mich auf Montag Montag ist immer so schön am Anfang der Woche Ah, hier ist ja schon die grüne Kann ich dir gleich nehmen Oh, hör doch mal auf Okay Ich fühle dich gemobbt Ja, das ist besser Haben die irgendwie noch eine grüne AR oder so? Nein Ah, nichts passiert Hat mich immer zu Warte doch kurz auf mich Ja Wir warten doch Warte, warte Da ist die Tür Das war ich nicht Das war ich nicht Ich weiß Ah, Mann Wenn ich schon am Montag denke Wie geht es dir? Ganz gut, Minuszeichen Also Leonie Ich hoffe, dir geht es auch Etwas besser vielleicht sogar Oh Ich bin nicht Ich wollte mir den auch gerade nehmen Danke Ich brauche den nicht Äh, Olli, willst du einen Raketenwerfer? Im Twitch Chat geht die Post ab Ja, zwei Leute schreiben Äh, was brauche ich? Einen Raketenwerfer Ach, nö, nö, nö Ich, ich Obwohl ich brauche noch Explosionsschaden Hä, ist das jetzt schon das letzte Team? Ist das jetzt schon das letzte Team? Ich glaube, das ist das letzte Team Ja Ja, da oben auf dem Berg Ich sehe einen Dann gehen wir doch mal drauf zu, oder? LOL Also vor der Die sind gerade richtig bei mir Ich habe noch eine schöne Sniper Ich würde sie gerne nutzen Ja, dann nutzt sie doch Ja, wo seht ihr die denn? Ja, auf dem Berg Da hat sich jetzt wieder verkrochen Weil wir drauf geschossen haben Ja, dann gehen wir doch mal nach oben Geht aber ziemlich schnell Jetzt muss ich sagen, ne Wir sind eigentlich nur durchgehend gelaufen Und wir sind voll in der Zone Ja, hier dran Ach, Marv ist jetzt auch Wah Ganz schön spannend Eigentlich haben wir schon gewonnen, würde ich sagen Ich glaube, die sind nicht so gut Äh, ihr könnt mit dem RPG runterschießen Was? Ja, er ist ganz oben Okay Hab ihn Na, easy Die haben BG für euch noch Olli, willst du zu trinken? Ich wäre auch ohne, klar Ihre nehmen du mal Und hier ist eine blaue, ah ja Und ich habe gerade Schüsse gehört Ich stehe immer noch da, das Ja, einer ist wieder gestorben Er steht aber immer noch da, das acht Leute sind Sechs Leute Ja, die zwei sind da unten Da wo ich markiert Da wo ich Ja, da wo die Bandagen blankiert sind Ich würde ja am liebsten von hier oben snipen, ne Aber ich sehe die nicht Ja, weil die es verkrochen haben Ich muss noch ein bisschen meine snipen Äh, Marv, die Funktionen gehen nur bei YouTube derzeit Was waren das jetzt? Wer hat denn... Die waren beide lost Stand da nicht noch insgesamt vier Spieler? Ja, die waren gekillt Insgesamt sechs Und wir sind ja vier allein Achso, ja gut Und es waren die zwei anderen Der eine hat sich hochgehebt Den habe ich schnell gelasert Und der andere war lost Mann, das habe ich gar nichts mehr mitbekommen Ihr hättet mir ruhig noch einen Trostschuss geben können Minuszeichen Minuszeichen, warum bist du kein Mod bei Twitch? Hast du wieder einen neuen Account, oder was? Das geht ja mal gar nicht Ich bin so witzig, dass die einfach keine Stunden so mit jetzt kriegen Streamlabs, du willst günstiger Streamlabs schreibt grad bei Twitch, wie geht denn das? 410 Punkte, wuuu Okay, warum auch immer Streamlabs ist grade bei Twitch Bereit Und dann zurück zur Lobby Also das, was da steht, stimmt alles nicht bei Streamlabs, ne? Also, gib mal Ausrufezeichen ATM ein, vielleicht geht's ja doch Es geht! Schaut den Stream schon 0,7 Okay Ähm, Streamlabs.Fabi? Ja? Bei Twitch geht's Streamlabs Müsste ich gar nicht Ja, dann geht es doch bei Streamlabs Also bei Twitch mit Streamlabs Bist du auch bei Twitch? Bist du auch bei Twitch? Ja, ich bin auch bei Twitch grade live Ich wusste gar nicht, dass die Seiten auch bei... Egal Funktioniert also doch Ähm Irene ist raus Wollt sie sie raus? Ich hab grad wenig... Ich hab grad wenig... I don't know Ähm... Ich wollte jetzt erstmal Herausforderungen einmal kurz gucken Okay, Füge Gegnern Schaden mit Explosionswaffen zu Okay, das hätte ich eigentlich vor kurz machen können Können wir gleich bei Retail Row landen? Können wir machen Dann packe ich Gruppenhilfe drauf, weil ich brauch da 14 Kisten Sooo... Ach übrigens, äh... Dominik bei Twitch heiße ich allerdings Klar, Sichtfolie LP Da kommt noch eine LP dahinter Jetzt kann ich doch mitmachen Ja, jetzt kannst du theoretisch mitmachen Aber ich hab dich glaub ich nicht in der Freundesliste Aber ich hab dich glaub ich nicht in der Freundesliste Ja, sieht's... Achso, warte mal hier oben Ja, Mowen könnt ihr jetzt mitmachen Machen wir mal eine Runde rein Hab ich ihn gerade eingeladen Okay Und dann würde ich vorschlagen, danach Äh, dass wir dann mal tatsächlich Mal auf Duos wechseln fahren Ich hab da so ein bisschen Bock drauf Mhm Ey, ich hab schon wieder kein Trinken hier Was ist denn das von Scheiß? Ich hab doch vorhin erst was zum Trinken geholt Hast du glaub ich schon ausgetrunken Kann doch nicht sein Ich hab doch... egal Ähm... Übrigens, ich bin schon wieder eigentlich Level 195, aber es wird nicht... Egal Teams, bereit Gut, dann kann ich Mo erstmal nachher berichten Dass, ähm, Streamlabs bei Twitch funktioniert Und der andere Bot bei YouTube So, äh, bin auf Discord Ähm, was trinkst du eigentlich beim Stream? Also ich trinke immer unter... Also normalerweise ganz normales Eistee Und wenn ich müde bin Hab ich halt immer noch hier meine Energies Ähm... Und dann dreht er komplett durch Ja, ich hab heute drei Stück getrunken Das ist viel zu viel Ähm... Wir gucken mal kurz bei Discord Achso, du bist sogar schon da Ja... Ja, hallo... Tag schön Ach, ja... Ich bin sowas von verspannt Ich bin zu alt Ich sollte... Langsam... Schon mal ein Test damit fertig machen So... Aber das ist richtig gut Dann kann ich nachher noch Twitch noch komplett konfigurieren Das passt ganz gut Das passt ganz gut Werte ich heute Level 200? Wahrscheinlich nicht, oder? Ohne Mission wird's ein bisschen kritisch Was? Kyo streichelt? Da stand doch was von streicheln Ja... Ich hab ne Roboter-Karze Die kannst du streicheln Ich will deine Roboter-Karze streicheln Äh... Äh... Retail Row, ne? Landen wir jetzt? Ja, ok Wär super? Äh... Wir alle gleichzeitig markieren So... Das Geräusch Da 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 Nächste Woche früh oder Spätschicht? Frühschicht Nächste Woche hab ich Frühschicht Nächste Woche hab ich Frühschicht Zum원�ах Kommen wir wieder die Einzelne? Kommt sogar keiner mit... Ist ja richtig geil war wenn Didhj jemand mitkommt Ah, Fabi landet da! Ich lande da hinten! Ah, die erste Kiste ist noch offen Zweite Kiste ist auf! Geist mitad mal je Die vierte Kiste ist offen. Ich bin Level 195. Die neunte Kiste ist offen. Ich finde hier nicht eine einzige Kiste. Und die habt ihr schon noch in Kisten aufgemacht. Die sehnte ist offen. Obwohl wir Munitionskisten sehlen auch. Deswegen geht das so schnell. Also das einzige was ich bis jetzt habe. Ich höre doch hier ne Truhe. Habt ihr geschossen? Ja ich hab's versehen. Die Truhe muss auf dem Dach sein. Ich hab grad eine Truhe geöffnet. Wo ist die Truhe? Ich höre sie aber ich seh sie nicht. Ich würde die gerne nehmen. Die Pump. Ja ich hab zwei. Ich hab für einen dann ne blaue Tech. Die würde ich dann gerne nehmen. Ich hab ne grüne Tech. Passt alles. Ich hab auch noch ne lieder Pump. Pump ist nicht so meins. Damals auch nicht. Deshalb nehm ich sie nicht. Dominik das Lied ist von den Schlümpfen oder was du wieso. Sonst ja. Ich hab guter Karte. Was? Ja ich hab manchmal so auf Kumibeeren kommen oder so. Kumibeeren. Hübsen hier und dort und überall. Gläse. Siehst du Oli so hat man einfach wieder Kontakt. Achso. Ja. Ah ich hab ne Truhe gefunden. Und ne Maschinenpistole. So. Warte ich hab noch Mini für dich. Warte ich hab Mini. Oh. Ich hab noch vier Minis. Du rennst gerade vor mir weg. Achso. Ja ich kann die Stimme nicht unterscheiden. Sorry. Dankeschön. Ihr klingt ungefähr beide gleich. Was ist los Fabi Lyle? Is er im Mord? Einmal tief durchatmen. Und dann. Wo ist eigentlich so. Ey wir sind voll in der Zone. Das ist doch schön. So ich hab jetzt Explosions Sachen. Und dann warte ich jetzt auf. Einen Gegner wo ich mit Explosions. Also mit ner Granate Schaden machen kann. Ich hab auch noch sechs dabei. Ja ich hab sechs. Aber ich muss den nur für eine Aufgabe nochmal. 150 Schaden machen. Ist ja schnell erledigt. Nächste Woche. Achso die Nacht hatten wir schon. Komm ich doch umber mal nachher. Falls noch jemand braucht. Achso das zeigt er gar nicht an. Ich könnte mir jetzt hierbleiben und abwarten. Olli? Ja? Hast du ne Tag? Ja ich hab eine. Ne grüne. Okay. Wieso bin ich müde? Ich hab drei Energy getrunken. Wir kommen jetzt zur Hilfsgruppe. Aber das war auch mal ne gute Idee. Bisschen entspannen. Hups. Hä? Ach. Das sehe ich ja jetzt erst. Aha. Jetzt sind wir hier. Gleich kommt irgendein Idiot mit irgendein Raketenwerfer und macht gleich viele Kids hintereinander. Ähm. Ach siehst du das? Das ist ne gute Idee hier. Man. Ey das ist doch ein Scheiß. Wie macht man das richtig? Wie macht man das richtig, dass es sofort klappt? Jetzt. Warum geht das nicht weiter? Achso weil ich mich bewegt habe. Wieso könnt ihr das alle gleich beim ersten Mal hier? Ey. Das klappt noch. Warum machen wir den Scheiß überhaupt? Aber was halt, Tami sind in der Zone. Also fast in der Zone. Ey. Irgendwann sieht jetzt die ganze Zeit ein Ge- So bis mittlerweile. Ich würde lachen. Mu mit seiner Gruppe kommt gleich bei uns vorbei, ja. Und macht sich lustig. Guck mal da sind vier Leute, die ich die ganze Zeit nur- Ich bekomme das nicht hin. Was ist das für ein Scheiß? Wieso geht das nicht? Denn das hat doch kein Glück. Ich weiß nicht, wo ich das in der Lobby First Strike geschafft habe. Was macht ihr dafür, dass das so schnell funktioniert? Was macht ihr anders als ich? Energy trinken. Ja, ich habe schon drei. Kein Alkohol trinken. Hey, ich gebe es auf. Du hättest ja gestern auch ein paar Anläufe beim, ähm, Hudo gebraucht. Ja, aber ich bekomme das gerade gar nicht mehr hin. Da geht es ja nicht um ein paar Anläufe. Ich habe es jetzt noch fast schon geschafft. Genau, erst mal meditieren. Oli, gib mich auf. Ich gebe es auf. So langsam kommt die Zone. Oh shit. Oh shit. Oli? Ja. Äh, das habe ich jetzt glaube ich nicht mehr. Doch, habe ich doch noch. Ey, wenn jetzt Gegner kommen, was denken die von uns. Die Hilfsgruppe macht gerade Sport. Oh Gott. Warte. Das habe ich jetzt gerade nicht. Ja, das ist auch so. Anhalts Season. Ich suche gerade was auf Season 9. Oh Mann. Ey, warum finde ich das denn jetzt nicht? Hier. Hier, du wolltest doch meine Katze streicheln, Oli. Hab ich schon. Oh Mann, ich sag das für jetzt nichts. Übrigens, wisst ihr was ich kann? Ich kann das hier. Warte. Hier. Ja. Moment. Ich komme jetzt so weiter in die Zone. Es klappt nicht. Wenn man euch da hinten so ankommen seht, ja. Wie das aussieht. Oh Mann, ey. Hallo. Die Zone ist schon recht eng und wir haben noch niemanden gesehen. Oh Mann. Genie. Die Zone ist von 0. Oh. Oli? Ja. Ja. Warum kommt bei euch Konfetti, bei uns nicht? Keine Ahnung. Ja, die haben jemanden wiederbelebt. Ob die uns überhaupt töten würden? Die würden dazukommen und mitmachen. Also sowas, was wir jetzt gerade machen, kann ich mir ganz gut so Gruppenkalle ja vorstellen. Aber wir machen das gerade in Teams, ne? Ja, ich will einen Angemot machen. Ähm. Ja. So, jetzt wieder konzentrieren. Ja. 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 Warum hast du jetzt Lagerfeuer angemacht? Mir ist kalt. Die Gegner sollen wissen wo wir sind, dass die Sohns kommen und nicht viel zu denen. 16 Leute sind in seiner Kosten. Ja, ich habe es auch gesehen. Oh, da hinten. Ach so, was mir auffällt, ich habe noch gar keine AR. Ich habe 19er Hit, 19er Hit. 15. 15. 20er Hit Hab, hab den oben. Oh, scheiße. Oli? Ja. Wo liegst du denn? Aua. Hab jemanden genockt? Nice. Danke. Hi, Marderpuppe. Aua, aua, aua. Alles gut, ich hab's. Okay. Äh, schicken, wo ist der genockt? Also. Also ungefähr da. Ah, die bekämpfen sich da hinten alleine. Das passt. Fabi, falls du noch brauchst, ne? Hier ist noch. Äh, alles gut, ich hab mich schon voll gehypt. Achso. Achja, sie ist auch gerade gut. Ich leg noch nach AR. Hatten 20er Hit. Ah, es sind bloß noch neun Gegner. Also eigentlich nicht mehr neun, wir sind ja noch mit drin, oder? Ähm, da ist auch nur einer. Oh, da vorne kommen zwei hoch. Ähm. Vorsicht. Vorsicht. Ja, komm. Ja, komm, Fabi. Scheiße. Ja. Ja. Einer ist genockt. Und ich ist auch. Ja. Ja. Komm, schafft ihr. Nice. Gut, beide sind genockt. Ah, die haben glaube ich noch jemanden. Schon im Arbeitsgebuch? Äh, da sind noch zwei genug. Ja, ich versuch's. Aber jedenfalls auch jeder. Hast du vielleicht ein bisschen Eier am Mundi für mich? Ja. 900 liegt. Ah, ich kann mal ein bisschen. Ja, trag mich mal rüber. Was auch noch? Achso, ja. Aber es gibt es noch einen, ne? Wir haben eh schon gewonnen eigentlich. Eigentlich ist unser Sieg jetzt schon wieder sicher, oder? Uli, ich geb dir gleich ein Med-Kid. Brauch ich nicht mehr. Du, es ist bloß noch einer. Der stirbt jetzt gerade. Wo ist der eine? Ich bin hier verpackt, hier drinnen. Was war da drin? Ach, für mich hat mir Spaß. Ich, ich bin hier verpackt, hier drinnen. So, jetzt. Wo ist der Typ denn? Äh, bei Schicken. Hier unten. Ich hole dich mal hin. Oh, Mike. Ja, er, er hat Bazuca. Wahrscheinlich kann ich dich gar nicht mehr holen, weil er ist, weil ich da unten ist. Ja, danke. Okay, jetzt. Ja. Uli? Oh, du hast dich gerade auf, ihr löst euch gerade alle auf. So. Mörderpuppi, hi, wie geht's dir? Sorry, ich hab deine Nachricht doch gar nicht gelesen. Ich finde das urwitzig. Du hast schon vor fünf Minuten geschrieben. Sorry. Kannst du mir doch runtergehen? Äh, ja. So, Marv hat die Stunde geschafft, Fabi auch. Was hab ich denn eigentlich, wenn ich das eingebe? Das wird peinlich wahrscheinlich. Ja, geil. Aber ich hab automatisch eher einen Mod, juhu, ich bin Mod. Ich muss kurz weg, also, ich bin gleich wieder da, ungefähr, zehn Minuten ungefähr. Ah, siehste, die Aufgabe, die ich hatte, hab ich jetzt gar nicht gemacht. Egal. Ah, ah, ah. Ich hab erst 22 Waffen geangelt. Fabi, wie viele Waffen hast du schon? Äh, keine Ahnung. Ich guck mal. Ich hab 28. 28. Eigentlich müssten wir jetzt eine komplette Angelkunde machen. Dann wär's halt Gruppenkeile, ne? Teddy hat einfach viel mehr Folienpunkte. Wieso hat Teddy schon 500? Nee, gar nicht. 500. Ich hab 610. Ich hab 4. Ich hab 4. Ich hab 4. Okay. Okay. Ah, dann warten wir noch kurz. So, die neuen Missionen kommen jetzt auch in ein paar Tagen. 4 Tage noch. No, aber ein paar Tage noch. Ciao. Bval. What? Was für принципies? aber 0,83 stunden das heißt dass der rechnet das ein bisschen anders als normalerweise wie kann es sein dass fabi schon eine stunde 17 hat doch das passt bin mal bei wem anderes im stream minuszeichen bye bye bis dann erstmal ja Ich bin wieder da. Das sieht so lustig aus. Ich bin so was. Woher wusstest du, dass ich den feier? Oh, ich unterstütze gar keinen Creator gerade, sehe ich gerade. Ach, das ist das Typische. Ah ja. Hast du es richtig geschrieben? Doch, es ist richtig geschrieben. I'm the mom. Aim the mom. Aim the mom, ja, ist richtig. Das sieht doof aus. Jetzt braucht nur noch Oli den Skin. Welchen Skin? Den, den Marvin und ich dran haben. Warte mal, welchen hat die denn drin? Ach nee. Den finde ich nicht so besonders. Den hast du eh nicht. Ja, ne, den würde ich gar nicht so besonders füllen, wie gesagt. Tschau. So. Also weiter mit Teams, ja? Mhm. Ich weiß, das ist ne Modi ganz so. Oh mein Gott. Guck mal bei Mo rein, Oli. Was ist denn bei Mo? Alle haben diesen, ähm, Tannenbaum-Skin drin. Und das sind fast 16 Leute. In seiner Lobby. Lohnt sich doch. Es sind 14 Leute. Und alle haben den gleichen Skin, bis auf zwei. Macht er noch Custom-Games, ne? Vermut ich mal. Ne, er macht jetzt kreativ. Teddy hat eine Stunde. Juhu. Ich muss noch neue Ränge einfügen. So, wo wollen wir hin? Soll ich Augen zu machen und einer von euch sagt Stopp? Okay, mach mal Augen zu. Okay. Und... Stopp. Soll ich auch. Gut, ne? Dann sterben wir doch mal ne Runde. Also ich zumindest. Ich auch. Achja, die Top 5 Liste fehlt auch noch. Genau, die kommt auch noch. Ich bin aber ein bisschen safe auf Platz 1. Hier. 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 Kommst du mit hier hin? Ich wollte es hier. Genau hier wollte ich auch landen. Los, mach ihn platt. Ich bin low. Ja. Schon. Ey komm, der muss doch einmal geschlagen werden. Ja. Schnell. Ah, da liegt. Kannst du mich schnell wiederbeleben? Ja. Ich hab ihn kurz down gemacht. Der war alleine. Der war nicht alleine. War er nicht, war er nicht. Nee, schon gut. Stimmt. Sonst wäre er ja nicht down. Dominik frag, darf ich auch? Was darf ich auch? Was? Was darfst du auch? Wahrscheinlich mitspielen. Da steht nur PL. Ich weiß. Und wenn ja, natürlich darfst du. Ich hab ne Blue Tag für einen. Die liegen noch, ist er schon. Achtung, einer konnte uns pushen. Ja, wir haben keine Waffe. Okay. Ja, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ey, hier die Blue Tag. Oh mein Gott. Ja. Oli, darf ich die haben? Ja, hol sie dir. Ah. Ich liege. Da ist er. 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 Ja und hier kommt noch. Hier kommt noch einer. Ach ja. Hey Platz 23. Das ist also top. Wir gehen nie wieder dahin. Ich hasse diesen Ort. Darf ich dich auch Oli nennen? Meinst du nicht? Na klar kannst du mich Oli nennen. Warum? Warum auch nicht? Jeder darf mich Oli nennen. Außer Marv. Warum? Marv darf mich... Herr Klaasicht wohin. Nein, Quatsch. Ah. Ah. Du mein G'schreibt, danke. Sehr viele nutzen auch mittlerweile den Bot, dass die Nachrichten automatisch im Stream vorgelesen werden. Aber... Ich glaube das wäre nicht so wirklich meins. Fabio, wo bist du da eigentlich, ne? Ach du bist noch nicht verfügbar. ja doch, ich hab schon drauf gedrückt ja doch, ich hab schon drauf gedrückt ich hab schon drauf gedrückt doch jetzt jetzt seh ich dich ich bin ganz kurz gemütlich ok also Plässenpark wäre ja nicht solche gute Idee glaube ich Leuchtturm könnte man mal wieder hin und dann am besten direkt unten abbauen, dass die ganzen Waffen nach unten fallen ja genau und das Gute ist Fabi, weil sie noch AFK ist, kann auch schön lange im Bus bleiben ähm, scroller den ist Hi, Tag schön ich hab schon wieder da Erleuchtung warum Grafik so schlecht? Also die Grafik sollte eigentlich nicht schlecht sein äh, geh mal bitte einmal bei den Einstellungen bei YouTube auf 1080p es kann sein, dass es bei mir ist die auch schlecht bei dir ist die auch schlecht? ja, ich geh auch nochmal auf 1080p die sollte eigentlich top sein das Streamzustand steht hier sehr gut das Streamzustand steht hier sehr gut so geht das ist 1080p ne ne manchmal bei dem Automatischen sucht sich YouTube manchmal komischerweise eins der schlechtesten Qualitäten heraus wenn ich weiß das ist die da ich mich das war ich das war das ist die die ich ich eben Da hat jemand Level 25 erreicht, wie süß. War wie von selbst noch irgendwas mit Level 3 oder so. Achja, nicht auf'n Turm landen, ne? Das könnte... Oh gut, wir sind schnell um. Hier ist nicht drauf gelandet. Fortnite hängt heute ein bisschen bei mir. Zwei Biggies. Nettkeitsniper. Ja, was nimmst du, was nehm ich? Warte. Und hier da ein Biggie. Okay. Nimmst den Biggie jetzt schon, ja? Ja, wird zwar ein Fehler sein, aber... Ah, ich muss doch die Granaten nehmen, ich muss noch einen mit Schaden. Also ein bisschen Schaden zufüllen. Äh, die Klingel ist kaputt. Olli? Ja. Ohhhh, das klingt gut. Dankeschön, dann hab' ich alles, was ich brauche. So, Biggie pack' ich erstmal nach hinten. Die Granaten auch. Ähm... Hast du diese automatische Sortierung nicht? Ne. Kannst du mir ja noch irgendwann nachsehen, wie ich das einstellen kann. So, wo ist die Zone? Oh, die ist ja gleich nebenan. Ich geh schon mal so ganz langsam... Ach, ihr seid schon... Ihr seid schon fast weg, weißt du, ihr seid schon fast in der Zone. Ich geh doch mal langsam los. Ah, ja. Ich... Hau um die Hills? Hau um die Hills? Ist das jetzt mittlerweile die Grafik bei dir besser? Oder... Ist die immer noch schlecht? Oder bist du schon weg, weil die Grafik so scheiße war? Ich bin mal kurz aufs Klo, ja? Ja. Du musst mal den Sound anhören, wenn du wieder rausgehst. Ah, hier ist noch ein... Ach, du hast noch gar nichts? Ja. Ja. Du hättest vielleicht selbst den BG auch drin können und ihn die... Ja, ich wusste, ich dachte nicht, dass ihn nix hat. Er sagt auch nix, er steht vor mir, weißt du? Ich bin auf Klo. Ja, ist schon okay. Hey Marvin, was sein das? Ja, ich bin... Ich rede nicht so viel. Ja, ich auch nicht. Ich bin kurz vor Level Up und so... Willst du den BG machen? Äh... Ja. Angel. Hallo. Pleasant Park, jetzt sind wir schon wieder davon gestorben sind. Ach, da hinten sind auch noch welche. Uff... Ich hab Granat... Oh, Lul, der... Der eine da hinten ist weiß. Alles. Oh, sch... Ah, der läuft weiter. Oh mein Gott. Scheiße, ich liege. Ich hab ein HP. Ich hab ein HP. Da ist noch ein anderes Team, glaube ich. Da ist wirklich noch ein HP. Schaffst du, Fabi. Genau. Und down ist Fabi. Ja. Wenigstens. Also, ich finde, seit dem Pleasant Park sollten wir so ein bisschen... Ähm... Umrum gehen. Ja. Umlaufen. Ja. Ach, ja. Trafe, hi, wie geht's dir? Warum schreibst du eigentlich immer auf Russisch? Trafe. Change. Ich will keine Frage... Ja. Nein. Das stimmt. Ja. 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 Achso, weil. Ne, Traff hat zurückgeschrieben, weil. Ich muss auch gleich nach der Runde kurz für 10 Minuten weg. Wo gehen wir jetzt hin? Soll ich wieder ums machen? Ja. Maun sagt Stopp. Äh, Stopp. Ja, oder da. Ja, das ist das dichteste. Ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Aber ich glaube, da sterben wir nicht so schnell wie in Frenzy Farm. Hä, Frenzy Farm lief doch gestern voll gut. Das war Glück. Das war einfach. Wo alle Teams zu uns gekommen sind. Ja, richtig. Und alle gestorben sind. Ich verstehe, bist du jetzt noch nicht, warum da überhaupt ein Busfahrer drin ist? Wir bedanken uns mal beim Busfahrer, obwohl der Bus doch eigentlich von ganz allein... Der fliegt doch nur. Busflieger. Ja. Aber ich glaube wir bekommen ja nicht so wirklich viel zusammen, oder? Hier geht auch keiner hin. Kann ja hier landen und dann rüber gehen. Ja, ich... Landst du mal da? Ich komm mit. Okay. So. So. Ähm, hier sind Minis. Ähm... Fabi? Mhm. Nehm ich gut. Hier sind auch nochmal Minis. Ja, ich hab Minis. Achso, na gut. Dann machen wir es so. Weil ich hab jetzt... Minis und... Also drei Minis und ein Maxi. Die hab ich auch. Na gut, dann passt das ja. Und falls noch irgendjemand brauchen sollte... Fabi hat's. Boah, wie da leckt das hier bitte? Wer leckt? Hast du gerade lecken gesagt? Ali. Achso. Ich wollt schon sagen. Müsste eben Ali sein. Nehmen wir fort und halt den Torch einfach nur ein bisschen. Telekom oder Vodafone macht Auge. Der Vater arbeitet bei der Telefon, ja. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Boah, je. Hm. Hm. Braucht noch irgendjemand Minis? Magen oder so? Äh, ja. Oh, nein. Hab gerade welche gefunden. Ich hab auch noch vier. Was ist denn da schönes? Das läuft jetzt so schön. Das nehmen wir doch. Was ist denn da schönes? Die nehmen wir nicht. Wir können das jetzt schon runter schießen theoretisch. Oder so. Hör wir. Nee, nee, nee. Neben ihm. Wir müssen es jetzt schon runterschießen theoretisch. Oder so. Was. Was. Wie. Da sind Granaten, die brauch ich, 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 die brauch ich. Marvin, möchtest du dich was? Ach so, der ist, der hat sich schon. Dominik, Olli, bist du vorher oder danach? Okay. Wie, vorher oder danach? Willst du sagen Marvin? Äh, ja. Ach, bist du vorher oder danach? Ähm. Ich vermute, ich hab eigentlich, was hab ich denn heute eigentlich generell gegessen? Gerade am überlegen. Also auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich nachher noch eine Kleinigkeit irgendwie was essen. Keine Ahnung, mal gucken. Ich hoffe, du hast schon gegessen. Oh, wer hat mich abgebaut? Wer hat mich abgebaut? Und wer war das? Wer war das? Wer war das? Olli? Ja. Hast du schon einen Tag? Äh, natürlich nicht. Oh. Jetzt mal die Frage, was opfere ich dafür, ne? Aber da ich das habe, opfere ich das. Aha. Zielen die Raketen auch als Explosionsschaden? Müsst du. Kann ja nicht so schwer sein, noch 150 Schaden zu verursachen. So, meine Gestalt, klar. Hast du sie vergessen? Ach, du hast schon. Okay. Ja, super. Ja, ich müsste eigentlich noch meine Waschmaschine anschmeißen, aber das reicht morgen noch aus. Was, du hast ein Steak gegessen? Oh, ich müsste mal wieder... Oh, würde ich ja auch ein bisschen bock, ne? Ich habe meine Granaten parat. Oh mein Gott, vor mir. Oh mein Gott, was soll? Ach so. Boah. Immer diese Leute, die komplett zuhören. Er hat keinen Schaden bekommen von mir. Das ist doch doof. Oh, nee, das ist ein Slatter. Oh, ich bin shit broke. Oh mein Gott. Äh, in meiner Box. Checken. Nice. Fabin. Fabi, kommst du dir rüber. Ach, bei dir ist wirklich besser eine Karte. Ja, ich. Oh. Gut. Das Gute ist, hier ist gleich, dass Tysim zurückset... Ne, ist es nicht. Das ist hinten. Ne, leider nicht. Hier liegt ein Medi. Das wären Dirty Docks. Äh, ach, danke schön. Hier sind zwei Medi jetzt. Danke, danke, danke. Äh, danke. Wo? Äh, so, Unmarker. Dann behalte ich das eine gleich drin für Fabi. Oh, da kann es mehr. Halt doch, wenn wir dich zurückholen. Ich bin wieder voll OP dann. Ich habe nochmal wieder voll OP. Olive. Ach, stimmt ja. Ich nehme schon voll meine Tag. Oha. Das ist? Ja, für dich nehme ich die mit. Ich bin doch gut, ne? Ja. Nur für dich. Jetzt, voll nicht. Kannst du wohl schaffen. Kannst du ein RPG mitnehmen, wenn du möchtest, Oli. Ich habe nicht genug Platz. Gesagt, ey. Ich bin essen. Ja, okay. Wir holen dich deshalb wieder zurück, ne? Bis in zwei Minuten. Was ist denn dahinter? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich laufe zurück zu Dirty Docks. Ich komme mit. Gut, dann können wir da Fabi zurückholen. Ich denke, du kommst mit. Ja, danke fürs Zubauen, weil ich bin zu doof dafür. Das ist gleich Aua. Danke. So brauchst du Midi. Na, ja, wer nicht. So, wir müssen. Wir müssen zurück. Der eine ist. Ja, der eine ist über euch. Ich liege schon wieder. Das kann doch nicht sein. Post Hilfe. Ja. Ja, das dazu. Ja, warte, ich bin auch mal kurz zu Afka. Ah, okay. Ja. Ich gehe erstmal zurück zur Lobby. Ich auch. Dann möchte ich euch ja kurz was zum Essen schon mal fertig machen. Und deshalb, bis es fertig ist, kann man nochmal eine Runde spielen und dann... Hm, aber was mache ich mir denn jetzt noch zum Essen? Mal das Typische, weil man noch einiges zu Hause hat, aber man auch nichts davon Hunger hat. Chicken mit Nuggets. Habe ich nicht zu Hause. Würde ich jetzt essen. Oh, schade. Warte, warte, warte. Weißt du, wie ich dich damit ärgern kann? Ja. Ich... Warte mal. So, jetzt sehe ich das nicht mehr. Ey, ich brauche bloß noch... Ich sehe es jetzt gerade. Ich brauche bloß noch 25 Schaden, ja? Ne, Quatsch. 15 Schaden brauche ich bloß noch. Mit Explosionswaffen. Und das habe ich wieder nicht hinbekommen, ne? Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Warum verlässt Fabi die Gruppe? Ich glaube, sie geht gerade essen. Sonst ist sie auch mal Multitasking fähig. Olli, komm doch rüber, er ist gerade asiatisch. Asiatisch hätte ich auch gerade Bock. So, was schreibt Fabi noch? So blöd zum Bauen bist du nicht. Du bist einfach... Nicht die Reaktion... Du hast einfach nicht die Reaktion dafür. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Eine Stunde siebsten? Okay, das bedeutet nicht eine Stunde siebsten. Wir müssten theoretisch die siebsten sehen. Ja. Also wir müssten jetzt... Wie rechnet man das am besten aus? Siebsten... Also 25 wären 15 Minuten. Ich gucke gerade eine Stunde zu und habe 600 Punkte. Ja, ich glaube, du bekommst 10... Ne, Quatsch, 10 Punkte, sag ich schon. Doch, 100 Punkte bekommst du die Stunde. 100 Punkte bekommst du die... Alle 10 Minuten oder so. Ja, die Stunde. Ja, ich glaube, ja. Marv ging es auch raus. Ja, aber es ist auch... Hau doch mal ab. Ich kann... Wir wollen kurz rüber gucken. Oder wir können auch sonst was anderes machen. Schildröte ist auch noch da. Schildröte ist auch noch da. Er kann mit dem Asiatischen... Er kann mit dem Asiatischen zu dir kommen. Na, Fabi ist ja weiblich, ne? Schildröte, Fabi kennst du ja. Ich würde vorschlagen, weißt du was? Wir machen jetzt eine Runde Duos. Ja. Aber du musst mich wahrscheinlich so oft retten. Mit sowas von schlechtem Worten halt noch, ja. Na, ich werde es kurz nicht... Aber Daniel ist auch... Geht auch mittlerweile. Okay. Achso, ich dachte, das... Das hat dein Nachbar geschrieben. Ne, ne, ne. Der nicht. Fabi hat es geschrieben. Und Fabi wohnt eine Stadt weiter von mir. Also ich bräuchte schon eine halbe Stunde bis... Was? 16 Likes? Vielen Dank dafür. Ich muss es noch einstellen. Man kann einstellen, dass der Bot auch zwischendurch schreibt, wie viele Likes wir haben. Also ich glaube, mit dem Bot kann man auch sehr viel einstellen. Ich muss jetzt auch mal... Das ist direkt ein Bot von Streamlabs. Ich bringe mir kurz auch noch Folie ein. Geht es eigentlich auch Boss? Ne, ich glaube, Boss habe ich wieder deaktiviert. Ich werde eh am schlechtesten von allen sein, weil ich hier nicht so oft im Chat schreibe. So, Fabi, nur für dich. So, du darfst da aussuchen, wo wir landen. Außer Pleasant Park ist ausgeschlossen. Okay, machen wir. Außer Pleasant Park, dann würde ich sagen, okay, die Runde ist in 10 Minuten zu Ende. Äh, 10 Minuten, 2 Minuten. Und zwar genau dann, wo wir da gelandet sind. So, achso, ich dachte... Achso, ich liese hier schon wieder die Nachrichten. 0,7 sind circa 6 Minuten. Ja, ich kann nicht rechnen, weißt du. Ich schaffe das nicht, 100 auf 60 Minuten runter zu halbieren. Ah, Fabi, Reptäcken. Das ist Ali-Spruch. Ach ja, die Ali. Ich weiß gar nicht, wie oft hat sie eigentlich Lecken jetzt gesagt bei uns im Scream. Boah, keine Ahnung. Warst du dabei? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch gar nicht. Wir hatten mal einen Scream, da war Mo mit bei. Und ich weiß gar nicht. Ali kennst du, oder? Keine Ahnung. Okay, also nicht. Das ist eine Person, die bei jeder Kleinigkeit, wenn dir irgendwas nicht passt, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, oder was sich für das Lecken sagt. Sind wir die einzigen, die hier landen? Das ist schon mal sehr gut. Also können wir schon mal lange leben. Also wir leben auf jeden Fall jetzt schon mal ein, zwei Minuten länger als gedacht. Ich habe sogar schon eine Trüge. Kommst du eigentlich auch so wie Daniel aus NRW? Nee, ich wohne eine halbe Stunde von Fabi entfernt. Also in der Nähe von Berlin. Ich wohne auch direkt in Berlin. Ach, du wohnst? Ja, okay. Ja, dann wohnst du wohl fast nebenan. Also Oranienburg sagt dir sicherlich was. Ja. Ich höre eine Trüge und ich sehe sie schon wieder nicht, wie ich das liebe. Ach, hier oben. Gut, hier sind wieder Granaten. Ich muss irgendeinen scheiß Gegner mit einer Granate oder Raketenwerfer. Raketenwerfer ist noch besser. Ich habe nur Munition, ich will bloß nur noch Raketenwerfer. Ach, ich finde noch eine. Ähm, Oli, wie isst man Eis? Ja, du willst jetzt hören, dass ich lecken sage, ne? Ähm. Indem man im Eis reinweißt. Ich esse es auch mehr als das ich. Ups, falsche Waffe. Das ist... Hm. Ah, das sind Pinis, ja. Ich glaube, wie ein Taktiker kannst du die Blau-Pump eigentlich austauschen, wenn du möchtest. Ja, ich guck mal gleich. Ich habe hier noch eine Truhe gefunden. Aha. Hast du schon irgendwie... Ähm, Mad-Kids eingesammelt? Eigentlich schon noch nicht. Ach, brauchen wir einen Echner? Wir rocken das so. Und zu erwarten nicht mehr als zwei Gegner, das schaffen wir auch so. Also zwei Gegner pro Team. Nächste Runde bemerken wir nur noch Stream Sniper, Stream Sniper, Stream Sniper. Ja. Ich höre hier schon wieder eine Truhe und sehe sie nicht. Vielleicht oben? Hier. Ich glaube hier hinter. Unter dieser Wand. Ja. Äh, hast du denn schon eine Mini geholt? Äh, nee. Äh, also, ja. Ich bin da. Es hat nur einer, aber ich habe noch welche. Ist mir scheißegal, ich nehme das in einen hier. Ah, super, danke schön. Mad-Kids habe ich jetzt auch gerade schon gesteckt. Hi, wie geht's dir? Was? Ich beiße immer rein. Ja, jeder, also, jeder, der gierig ist, ne? So, bitte nicht stören, ja? Ich muss mal ganz kurz. FBI, ich öffne dich ab. Hallo, ich bin kacken. Hey. Kuck. FBI. Oh. Mann, da habe ich mal keinen Schreck ein. Ich bin schreckhaft. Ist fast so wie Daniel. Spring doch. Haaah. Was ist denn hier, ich erinnere? Aber ich weiß nicht mehr, womit ich das tauschen soll. Was denn? Mit Pumps komme ich. Äh, ich habe ja wieder die schönen Flaschenraketen gefunden. Ich glaube, die sorgen auch sehr gut für Schaden. Ich glaube, aber auch Explosiv sorgen sie für Schaden aus. Ja, 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 richtig. Und ich brauche ja noch 15 explosiven Schaden. Das bist du wieder gut, ne? Ich meine, schieß gerade. Ja. Ich glaube, ähm, von so einem Boot, ähm, das zählt auch als Explosion, oder? Ja. Ah, hier ist kein Mensch. Ist doch schön. Ich hoffe, die nächste Zone kommt dann so ein Stückchen weiter zu uns. Also, dann müssten wir jetzt hier nicht so lange... Schicken FBI Open Up, Olli. Ey, ich bin kacken. Aua! Du hast mir gerade Schild weggenommen, ziehen. Der hat mich einfach umgefahren. So. Darf ich Zeit haben, gehe ich kurz angeln. Oh, da ist eine Truhe. Aha. Interessant. Obwohl, angeln will ich jetzt gar nicht. Aber wir müssen in die Zone. Ich glaube, wir sollten loslaufen. Ja. So ein bisschen. Ja. So, ich bin jetzt mal hier. Bin, äh, der Dominik. Ach, hi. Willkommen auf Twitch. Da hast du auch die gleiche Funktion wie bei YouTube, haben wir gerade festgestellt. Das heißt, du kannst auch da. Slash. Ich glaube, jetzt musst du noch derzeit ATM eingeben. Du fährst eigentlich noch für ETS, oder? Ja. Ja, auch. Da, ich habe da was, was ich brauche. Ich brauche noch... Darf ich es öffnen? Ich habe dafür nicht Gruppendingsamt. Brauchst du es unbedingt? Du kannst gerne alles haben, was da drin ist. Danke. Nee, weil ich habe hier noch die eine Aufgabe, dass ich Goldmedaillendings brauche. Du kannst gerne alles haben, was da drin ist. Aber es reicht noch nicht aus. Nimm ruhig, Mats. Bringt mir nichts. Ich baue eh nicht. Oh, na dann. Lässt du jetzt liegen, oder was? Lässt du das arme Holz da nicht da liegen? Ich bin voll. Ach so. Ja, okay. Ich bin auch ab und zu voll. Aber das hat eine andere Ursache. Äh, Teddy. Teddy macht auch wieder mal eine Stunde für... Eineinhalb Stunden bist du schon da, Teddy. Und du schweigst die ganze Zeit. Fabi, jetzt wo ich nicht da bin. Ja, Fabi. Das ist wirklich doof. Aber ich muss noch den Loot öffnen. Und ich glaube nicht... Da ist ein Gegner da vorne. Ja, ich weiß. Ich schleiche mich hinten ran. Soll ich Granaten drauf losballern? Nein, nein, nein. Ist so auffällig, oder? Okay, darfst Granaten draufwerfen. Ja, danke. Aua. Ich bin total schlecht. Ich... 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 Ich lasse es sein mit den Granaten. Ich bekomme das irgendwie anderweitig hin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist runtergegangen, oder? Ne, er ist noch runter. Und hat mich. Ja, du bist genau bei ihm. Und er hat dich. Und er hat noch einen Spaß nebenbei. Äh, Fabi hat eh nichts gebracht, siehste. Alles gut. Gibst du noch nebenbei... Äh, Folie ein im Chat? Während wir hier im Gefecht sind? Äh, nein, das war vorhin. Das war vorhin eine Minute, oder? Ungefähr. Da waren wir doch schon voll dabei. Ja, gut. Ja, okay. Platz 9 ist besser als nichts. So, wir haben jetzt noch offiziell 15 Sekunden Streamside. Perfekt, bin fertig mit Essen. Ja gut, dann machen wir noch eine Runde. Eine Abschlussrunde jetzt. Weil, dann haben wir bis 21 Uhr gestreamt. Das ist dann so die Zeit, wo es denn für mich heißt. Noch duschen zu gehen. Noch nicht fertig zu machen. So, wo haben wir denn Fabi? Wo ist denn Fabi? Na, wo ist denn die Fabi? Na, wo ist sie denn? Die Fabi ist jetzt offline angezeigt. Nee, da ist sie doch. Ach, wir wollten noch Duos. Stimmt. Dann machen wir noch einmal Teams und dann Duos. Und dann ist es vorbei. Oder wie lange kannst du noch Fabi? Ich bin da. Fabi, noch einmal Teams und dann Duos? Als letzter Runde. Da haben wir noch zwei Runden. Dann kann der Artikel 05 auch nochmal mitmachen. So. Ich freue mich schon Montag. Nächsten Montag. Nicht diesen, sondern nächsten. Ich freue mich auch über nächsten Wochen Montag. Da habe ich Urlaub. Ich freue mich auf Freitag. Ah, scheiße. Ich habe doch keine Fähre. Ich muss zur Schule. Dafür habe ich nächste Woche, also die Woche da drauf. Habe ich dann frei. So. Mein Akku ist fast leer vom Handy. Wo habe ich denn meinen Strom? Ich werde heute Abend vielleicht noch, bevor ich schlafen gehe, noch ein bisschen den Bot bei Twitch noch einstellen. Bei YouTube läuft der ja eigentlich erst mal so, wie er laufen soll. Fabi, dann erwarte ich morgen Abend, wenn ich zu Hause bin, erwarte ich dann eine Liste mit sieben Rängen. Okay? Okay. Nee, Quatsch. Kann ich machen. Nur wenn du Lust in Laune hast. Mitte? Okay, Mitte. Wir haben jetzt einen Random-Team-Mate, ne? Haben wir? Oh! Wir haben aufrehen. Ach, der sieht gut aus. Der ist schon Level 200. 80. Und der kommt sogar zu uns mit. Ich dachte schon, wieso haben wir einen Random? Wir hatten noch gar nicht auffüllen, oder? Vielleicht, weil ich jetzt beigetreten bin und dir nicht drückt, dass ich davor schon schluss ausgeführt hatte. Achso, okay. Wir wollten doch noch... Achso, die Nacht hatten wir schon. Boah, Oli, du hast einen Anfangssinger da drin. Ich weiß das nicht, was ich drin habe. Ich habe immer noch das Zufallsprinzip, weißt du? Du selbst anfangen. Fabi, falls du brauchst, ich habe Batterien. Obwohl, die brauche ich doch. Die brauche ich, glaube ich, selbst. Habt ihr jemanden Money? Ich habe auch noch Money. Äh, wir können ja Oli beide einen nehmen. Ich habe Money. Okay, dann unseren Teammate. Ich mache es jetzt einfach mal raus, kann er sich dann nehmen. So. Woher hat er denn das gefangen? Da habe ich mich nicht auf einer Stelle geführt. Wo ist eigentlich die Sohn? Wir sind wieder mittendrin, das passt. Das ist der Vorteil in der Mitte, du hast vorgebracht. Ich glaube, dreimal die gleiche Waffe fällt mir gerade auf. Okay, er hat mir nichts gefunden. Nein, das ist zweimal. Was ist denn das hier schon so? Eingeparkt. Was hat er wieder weg? Hat er selber genommen. Was ist mit dem Tanz? Nein, okay, das ist gut. Also, das sieht vielleicht gar nicht aus, aber nicht nach Marien. Warte. Den habe ich auch. Ähm. Ups. War ein bisschen auffällig. Ich würde jetzt am liebsten hier Bäume abbauen, ja, dann noch ein bisschen Steine abbauen, dann würde ich mir einen Ofen bauen, Kohle draus machen, dann könnten wir noch Fackeln herstellen, aber naja, falsches Spiel. Ich kann nur bis, wollte ich auch gerade sagen. Oh, da vorne wird schon geschossen. Ich dreh wieder um. Wir kommen schon hin. Achso. Dann ist gut. Auch keine Weile dauern. Ja, ich lauf den Typen hinterher. Den Lopi, weiß ich was. Guck mal nach links. Oh, hallo. Ach nee, ihr schon wieder. Wir haben heute keine Hobbys, ne? Oh. Ich wäre fast gesniped vorn. Du hast doch, du hast doch, du hast doch save den hier, oder? Ah. Hat nur 100er? Ey, der Teammate, der ist richtig, richtig nett, der zeigt uns schön raffen. Schießt ihr da, oder? Ja. Ach, okay. Oh, hat jemand AR-Monition? Guck mal, jetzt kommt das zurück, weil er denkt, hier ist was los. Das war ihr rumschießt. Hat jemand AR-Monition? Bitte so. Ich glaube nicht. Okay. Jetzt kam er extra für uns zurück. Er ist ja nett. Snipen, so unnützlich gewesen. Die Zone kommt jetzt. Aber nicht zu uns. Genau. Wir sind wieder vorn. Aua. Ich glaube, wir haben ja einen Gegner irgendwo. Ich wurde gesniped. Frag mich jetzt nicht, von welcher Richtung der kam. Ja, aber wahrscheinlich von vorne. Ja, von vorne. Boah, ich habe Munitionsprobleme. Alter, ich will. Ach, da hinten, okay. Oli. Ja, hallo. Hast du Munition für die Waffe? Das sind diese Munitionszeile hier? Natürlich habe ich davon ganz viel sogar. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Das hier, ne? Ja. Und hast du... Vorsichtig, wir haben kein anderes Problem. Tch. Wir sollten kurz... Kurz sterben. Ja, aber wahrscheinlich. Ich kann nicht. Aua. Der kann nur... Der kann nur lasern. Ach, ich bin schlecht, komm weiter. Oli, du bist der Letzte, ne? Ja, ich rock das. Nicht. Okay, eine Runde Durser. Ja, die da... Aber wieder platzen heute. Letztes Mal noch eine Runde Dursen zum Schluss. Wie versprochen. Dann schaffen wir es doch noch, bis zu um 21 Uhr. Also wen acht Minuten. Du. Kommt drauf an, wo wir landen. Stimmt. Wachen wir damit Augen zu? Ja. Atean, ich würde dich hier erstmal rausschmeißen, ne? Schönen fürs Mitmachen und so. Ich kann, ich kann. Ach, du bist schon glücklich gegangen. Ja. Kann man für Durs anstehen. Ja. Ich weiß. So. Und... Warte, wo sind wir denn vorhin gelandet, wo wir die Wins geholt haben? Wo sind wir alle da? Wo sind wir alle da? Äh, wo waren wir denn da? Was aber... Ich kann mal kurz... Auf YouTube gucken. Das war die Runde vor Leuchthoben, ne? Oh. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo waren wir denn da? Oh, zwei Stunden ist Fabius dabei. Yes. Meinte Marvin nicht, er muss für zehn Minuten weg? Ja, ähm... Äh, ihr seid... Wir sind in Retail-Row gelandet. Stimmt, das war da, wo ich meine Missionen hatte. Ja. Genau, wir hatten ja zwei Runde vorhin geholt. Einmal Retail und einmal... Machen wir Retail, wa? Mhm. Zum Glück kann Alex nicht mehr offen. Ach, der Teddy ist auch noch da rauf. Was fühlst du noch mal morgen? Was ist morgen? Nein, ich war gerade... Äh, achso. Äh, Fabi, ich glaube, wir sind da hinten auch ganz geschillt alleine. Ja, kann man gut ruhen. Ich glaube, da hinten... Soweit düsen die nicht. Doch, wir. Ja, wir, ja. Reicht auch. Erstmal, erstmal nochmal Daniel gefragt. Ich will Daniel eigentlich jeden Tag. Daniel? Kommt drauf an. Mal ja, mal nein. Die letzten paar Tage hat er wirklich durchgestreamt und jetzt hat er Pause gemacht heute. Morgen geht's wieder weiter. Ah, ich hab den wieder. Das muss ich sofort wieder ausnutzen hier. Das ist... Ich weiß gar nicht, ob ich den auch habe. Mal gucken. Mal gucken. Star Wars. Mal gucken. Star Wars. In Abendskanal, ne, warte. Ach, stimmt. Star Wars hatte ich... Ich hab's gerade irgendwie mit Batman vertauscht. Bei Batman hab ich ja beide... Ich weiß nicht, welch ich sonst genug spielen soll. Ich hab's noch mal drauf. Mach nochmal, das hoch. Mach nochmal, das hoch. Mach nochmal, das hoch. und ja und und das das 79, 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 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 Skins. So kann man es auch machen, man hätte aber auch theoretisch einfach nur schauen können wie viele Skins er generell hat. Wird es sich eigentlich angezeigt? Nein. Nein, leider nicht. Mir war es so, als ob es irgendwie angezeigt wird. Season 4. Ich werde angeschlossen, Oli. Jetzt schon. Jetzt wird er kommen. Ich habe keine AR. Aber da ist die Lösung. Ah, dafür hat Oli zwei AR und zwei MPs. Ja. Ey, warum? Jetzt. Wird aber ein teammate. Ja. Du musst editieren. Du musst editieren. Ich kann nicht editieren. Ich bin zu doof dafür. Warum baue ich hier eigentlich nach unten? Ich habe hier. Ich habe dir das doch vorhin beigebracht. Das ist schon wieder 10 Minuten hier. Nee, äh, das G hat gerade nicht angezeigt. Achso. Ja. Der Black dicesy också. ional würde? Ähm, eigentlich aktiv steht dieser. vorher habe ich immer nur bis level 5 oder so und da habe ich wieder aufgehört ich werde beschossen ich hoffe er kommt hier rein so willst du auch eine dinge haben ich habe zwei spielzeug 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 leider nicht ich habe von einer markiert ich habe schon getrunken ach so ich gucke mal hier im haus hier ist sicher hier ist auf jeden fall eine truhe hier sind sogar zwei hier unten hier kommt hier kommt noch ja hier kommt einer er hat einen blauen tag bekommen ja moin wie live bin ich denn für andere worte bist du nicht so leicht aber ich kann einen kleinen trick wie man wie man nicht sofort live sehen kann vorsicht auch scheiße ich bin so dumm gewechselt abgezogen ja eigene dummheit so dumm kann ich halt sein ich dachte der gegner kommt ja gerade um eine elke weiß weil ich ja die schritte gesehen habe und ich wollte die scheiß ich wollte die scheiß granate rausschmeißen weißt du dass ich hier meinen explosionschein noch bekomme was ich als mission habe und egal ich brauche kein schild oh hier oben sind ruhe vielleicht gibt es ja da ein schild was der bett ladet jetzt schon seit über gefühlt sechs stunden ist immer noch nicht voll hier unten geht es doch nicht weiter oder hier unten ist doch nur erde wo ist ich höre hier die schmierende ruhe und sehe sie nicht die schmierende ruhe was weg äh ja ah ähm der bot reagiert gerade gar nicht hi looks like light ich hab grad geschrieben dass er live ist also ist du läufig warum reagiert der bot jetzt bei mir gerade nicht alter hat doch reagiert bei dir ah jetzt mir kam es jetzt an das wird mir einfach nicht angezeigt was wird dir nicht angezeigt ach so dass ich streame das ist selbst hast du auch die glocke aktiviert wer wenn ja dann trotzdem nochmal neu aktivieren also ich es war halt auf disco habe ich geschrieben die folie punkte wurden zurückgesetzt habe jetzt über 1000 wieso denn das finde ich assi außerdem war gar nicht mal live er ist jetzt live ja richtig wir sind jetzt schon seit über zwei stunden live deswegen hat das schon so deswegen hat sie schon so viele hab ich gerade hat er es zu dir gesagt sorry ich hatte auch davor schon ähm keine stunden aber schon mehrere punkte vor dem stream hab nichts bekommen drecks youtube jetzt kann ich auch gelesen gerade im stream kannst du mal schnell retten die Welt zocken hab nichts bekommen drecks youtube ja einfach die glocke nochmal neu aktivieren aber selbst dann kommt teilweise nichts an gibt es jemand wir sind zwei ich hab granaten noch zwei die reichen nicht besser hin aber die sind welche ja ich weiß die sind gerade am wasser die sind gerade am wasser und das streamlader rechts am stein ach ich glaube ich habe es gerade schon gesehen ja und ich werde beschossen ich habe mich jetzt schon wieder zu bauen müssen aber weil ich so doof zum bauen bin ähm ich habe einen stein gemacht ich konnte mich gerade nicht bewegen ach das ist so scheiße pünktlich kurz nach 21 uhr Fabi weißt du so was wurde jetzt noch geschrieben der stream youtube premium regelt ähm stream läuft im hintergrund ja aber das zählt nicht ne du musst äh trotz dessen ähm alle zehn minuten im chat schreiben oder so sonst läuft es nicht also es wird schon darauf geachtet dass man aktiv ist und nicht nur die streams im hintergrund laufen lässt nicht so wie ich bei Mo ja da geht es ja auch nicht ne ich muss mal versuchen die streams hier ja ja streamst du eigentlich morgen auch? äh ja ich stream jetzt eigentlich jeden tag bis ich level 200 bin also locker noch morgen und eventuell sogar noch übermorgen zumindest fortnite ab wann du bist mal? äh wann bin ich zu hause? 17.30 also zwischen 18.30 und 19.00 Uhr schätze ich mal ich dachte du bist 20.00 guck mal wer ist ein braver hund? du bist ein braver hund ja das bist du habe ich heute um 19.45 Uhr bekommen durch Fabi ich weiß gar nicht wie lange ich eigentlich noch internet habe wieso? mein Vater ist mir gesperrt über Fritzbox mhm aber zum glück kenne ich das Passwort und kann mich schön brav länger geben Fabiana Pinkstone hat die Gruppe verlassen ja weil ich jetzt auch mal ähm ja ich verlasse jetzt auch die Gruppe also ich bin schon rausgegangen ähm ich würde sagen das war's dann ähm erstmal wir sind dann nachher wieder live also in weniger als 24 Stunden auf jeden Fall und das lustige ist ja wenn ich gleich den Stream beende ist der auch sofort weg ne und nicht erst dass das hier wieder eine gefühlte Ewigkeit dauert ähm so jetzt muss ich mal kurz gucken ah das sieht so schön aus wenn jetzt hier alles wieder funktioniert so wie es sein soll auf jeden Fall ähm euch einen schönen Abend äh kommt gut ins Bett ähm hoffen wir dass die Woche schnell rum geht und danke für die Likes die reingekommen sind wie viele Likes haben wir jetzt eigentlich am Ende? ich hab's gar nicht ähm mehr im Kopf äh also bei mir haben wir also bei mir haben wir 17 17 oh vielen Dank Fabi auf jeden Fall ich will mehr Folien ja dann musst du die Folienpunkte sammeln ne das geht dann morgen wieder ähm wie viele Folien hat er denn? ich weiß es nicht auf jeden Fall gibt es jetzt hast du jetzt bist du ja wahrscheinlich noch Newbie und dann gibt's ähm ab morgen auch neue Ränge und dann kann man auch mit dem mit dem mit dem ähm wie war das nochmal? Ausrufezeichen Level Up also LVL UP ja seht ihr wie weit es noch ist bis zum nächsten Level ähm Fabi es geht jetzt noch nicht das geht erst wenn wir die neuen Ränge haben stimmt genau na was soll ich jetzt anzeigen bis zum nächsten Rang den es nicht gibt brauchst du noch so zu viel aber wieso sollte ich auch einen nächsten Rang bekommen? ich bleib doch bei meinem Rang oder? ja ja du bleibst automatisch bei dem Rang weil du mad bist ähm ja gut dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis später bis dann tschüss HO Bis zum nächsten Mal. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion, following the light that sets me free. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion. Staring down the barrel, waiting for the final gates. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion.